Mit unserer kompakten Bauform für jegliche Pick-up-Ladefläche wird Unkrautbeseitigung für jeder Mann und Frau zum Kinderspiel. Durch die Einfahrlaschen für den Stapler lässt sich das Modul mühelos auf die Ladefläche platzieren und somit leicht zum Reinigungsort transportieren. Gewünschte Lanze anschließen, einschalten und loslegen. Völlig autonom, der Batterie angetrieben und zusätzlich ein 500 Liter Wassertank mit an Bord. Kompakt und vielseitig, mit einer Auswahl an unterschiedlichen Lanzen für die unterschiedlichsten Anforderungen. Mit unserer Pick-up-Lösung sind Sie überall leicht vor Ort und mit unserem zahlreichen Zubehör auch jeglicher Aufgabe gewachsen. Unser Modul in Verbindung mit unserer 21 cm langen Spießlanze ist besonders gut für die Bearbeitung von Plaken und Tiefwurzler, wie zum Beispiel dem hartnäckigen japanischen Knöterich, bestens geeignet. Invasive Pflanzenbeseitigung direkt an der Wurzel führt zum Erfolgserlebnis. Oder verwenden Sie ganz einfach unser Flächengerät für die großflächige Unkrautbekämpfung. KICX – Modular und stark. Das System für umweltschonende Unkrautbeseitigung.